Jolan Chu und willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Wunschvideo. Denn es ist gewünscht worden, dass ich einmal über Außenteams spreche. Das Thema hatte ich natürlich auch auf meiner Liste, aber es kam jetzt in den Wünschen, in den Video-Wünschen auf Discord mal wieder vor. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir das doch jetzt und nicht auf seinem Listenplatz sozusagen. Es ist auch etwas, das viele Leute wahrscheinlich nicht absichtlich, aber doch oft links liegen lassen. Und deswegen ist es ganz gut, das Video mal zu machen und auch zu zeigen, warum das wichtig ist, das nicht einfach zu vernachlässigen. Mir helfen die Außenteams extrem viel und wie die funktionieren und warum die für mich so hilfreich sind, und das erkläre ich jetzt mal in dem Video. Grundsätzlich fangen wir erstmal damit an, was es so gibt. Es gibt ungewöhnliche Außenteamaufgaben, es gibt seltene Außenteamaufgaben und epische. Das kennst du von vielen anderen Bereichen, diese Aufteilung. Da gibt es dann aber noch spezielle Außenteamaufgaben aus dieser Unterteilung. Das sind dann diese, Benni, wie hast du es so schön gesagt, die Regenbogen-Außenteam-Missionen, das sind diese bunten. Die muss man sich tatsächlich erst einmal freischalten, dazu kommen wir gleich. Und da spielt dann auch die Forschung eine große Rolle. Du siehst, ich habe relativ viele Außenteamaufgaben gleichzeitig und das liegt genau daran. Aber da schauen wir gleich auch nochmal rein. Ich möchte aber erst einmal anfangen, wie funktionieren die? Und ich habe eine offen, die ab Level 51 kommt. Das sind nämlich Außenteam-Missionen, wo du Allianz Exocomms verdienen kannst. Dafür brauchst du aber Material, das gibt es erst ab Ops 51. Aber ich habe auch eine normale gerade offen und da schauen wir mal rein, wie es funktioniert. Bei den Außenteamaufgaben gibt es Belohnungen. Es gibt einmal Belohnungen, das sind die in dem oberen Kasten, wenn du die Außenteamaufgabe erfolgreich durchführst, generell. Du kannst ja Erfolg haben in der Außenteam-Mission oder eben auch versagen. Wenn du Erfolg hast, bekommst du die Belohnungen, die oben in dem Kasten sind. Wenn du Erfolg hast, hast du dann noch eine Chance auf einen kritischen Erfolg. Und wenn du einen kritischen Erfolg landest, bekommst du auch noch die Belohnungen aus dem unteren Kasten. Ob du Erfolg hast und ob du auch noch kritischen Erfolg hast, hängt allerdings davon ab, wie du dieses Außenteam besetzt. Du siehst da drei Kästen für diese Außenteamaufgabe. Es gibt auch welche mit nur einem Kasten. Aber hier kann ich drei Offiziere losschicken. Also einer ist Teamführer und zwei sind dabei, so ein bisschen wie auf der Brücke. Und das, welche Offiziere du da einsetzt, bestimmt, ob du Erfolg hast als allererstes und dann, ob du auch Chancen auf einen kritischen hast. Für den normalen Erfolg ist erstmal nur wichtig, wie stark sind diese Offiziere, wie hoch ist ihr Level, um dann zu sehen, wie viel Prozent Erfolgschance du hast. Das Ziel muss sein, auf jeden Fall da auf 100 Prozent zu kommen, dann kann dieses Außenteam erstmal nicht schief gehen. Das ist Punkt eins. Wie das geht, kommen wir gleich zu. Und das zweite ist dann eben, dass man sich um die kritischen Chancen kümmert. Ich mache das im Paket sozusagen und das funktioniert wunderbar mit dem Filter. Wenn du ganz rechts dieser kleine Filterknopf, da kannst du filtern, dass alle nicht angedockten Offiziere rausgefiltert werden. Das heißt, die, die draußen unterwegs sind, wer nicht im Einsatz ist, auf irgendwelchen Schiffen, was auch immer. Dann die Offiziere, die alle eben noch keine Missionen machen bei den Außenteams. Und dann kannst du noch anklicken, Offiziere mit Eigenschaften. Und die Eigenschaften sind die, die du unter dieser Chance auf kritisch siehst, diese kritischen Eigenschaften. Denn um diese kritischen Geschichten zu machen, musst du bestimmte Eigenschaften mitbringen. Und deshalb benutze ich hier immer den Filter. Wenn ich den nämlich anwende, werden dir nur noch Offiziere angezeigt, die erstens verfügbar sind, aber auch eben Offiziere, die diese kritischen Eigenschaften zumindest mitbringen können. Und das siehst du daran, ob die einen blauen oder weißen Punkt haben. Der weiße Punkt heißt, der kann diese Eigenschaft haben, die hast du aber noch nicht freigeschaltet. Ich rede ja in meinen Offiziervideos aus der A-Z-Serie immer drüber, was man für Außenteamtrades da freischalten kann. Und wenn das weiß ist, habe ich das noch nicht gemacht. Und wenn das blau ist, habe ich sie zumindest freigeschaltet. Das sagt jetzt noch nicht, wie weit ich sie freigeschaltet habe, aber es sagt, sie haben zumindest schon mal diese Eigenschaft. Und du siehst, dass da immer so vier Ringe neben jedem Kopf sind. Es sind ja hier vier kritische Eigenschaften, die man hier einsetzen kann. Und die vier Ringe entsprechen der Auflistung hier oben im Kasten. Das heißt, der Ring links oben neben dem Kopf der Offiziere, zum Beispiel der weiße bei D-Sock, da geht es um Physiker. Der rechts oben ist Ingenieur, der links unten ist Erfinder und der rechts unten ist Wissenschaftler. Und so kann man die dann auch sehr nett zuteilen. Als Teamführer nehme ich natürlich meinen stärksten Offizier. Die sind ja nach Stärke sortiert immer noch bei mir. Da setzen wir einfach mal Strange New World Spock rein. Der ist gleichzeitig auch Wissenschaftler. Den habe ich voll abgegradet. Deswegen steht da eine 3 und der Balken ist voll. Es gibt auch welche, wo du noch nicht fertig bist, hier beim Ingenieur. Der hat nur zwei. Der ist also noch nicht voll abgegradet. Dieses Upgraden meine ich dann eben, was ich im Video immer zeige. Wenn wir zum Offizier gehen, hier bei diesen Eigenschaften, die man ja freischalten kann und der hat ja nur Level 2 von 3. Deswegen wird auch hier nur 2 von 3 angezeigt. Und das hat eben Einfluss auf die Chancen. Du siehst, meine Erfolgschance ist schon bei 100% mit zwei Offizieren. Da habe ich also kein Problem. Wenn du auf niedrigeren Level bist, die Offiziere noch nicht so hochgelevelt, dann musst du natürlich gucken, welche kannst du kombinieren, damit du so nah wie möglich an die 100 kommst. Und da drunter steht dann die Chance aufs Kritische. Habe ich bis jetzt schon 44%. Hammer nehme ich aber mal wieder raus, weil der noch nicht voll Ingenieur ist. Da nehme ich dann lieber Severus. Und das Schöne ist, ich kann ja sehen an den blauen Punkten, welche unterschiedlichen Fähigkeiten haben die. Ich muss also nicht bei jedem Offizier in diese Upgrade-Geschichte reingucken, sondern ich gucke einfach, auf welcher Position ist der blaue Punkt neben dem Kopf. So habe ich halt einmal einen Wissenschaftler mit Spock. Der hat ja den Punkt rechts unten. Ein Ingenieur, der hat den Punkt rechts oben. Und jetzt brauchen wir noch, nehmen wir einen Erfinder. Dann nehmen wir Javade. Der hat ja den Punkt links unten. Das muss ein Erfinder sein. Und damit haben wir das hier. Jetzt sind wir bei der Erfolgschance bei 100%. Alles gut, aber bei der Chance auf kritisch bei 48%. Da kannst du 100% nicht erreichen, aber da kann man 60% erreichen. Also schauen wir mal, ob wir eine Möglichkeit haben, diese Chance höher zu bekommen. Scotty bringt mir auch nur 48%. Vielleicht nehmen wir dann einen, der eine der anderen beiden Fähigkeiten hat, die schon da sind. Irgendwie ist da heute ein Fehler drin, weil plötzlich haben wir 60%. 60%. Ja, die Bugs sind wieder unterwegs. Eigentlich sollte das mit Javade auch auf 60% stehen. Jetzt gehen die Erfolgschancen runter, wenn ich ihn reinnehme. Und jetzt wieder auf 60%. Also wir haben gerade mal wieder einen netten kleinen Bug drin. Sagen wir mal so, mit denen, die ich jetzt hier eingesetzt habe, sollte das eigentlich bei 60% sein. Aber irgendwas will heute nicht. Das ist aber... Oh, jetzt sind wir bei 0%. Okay. Die Scopely Bugs sind wieder unterwegs. Glaub mir einfach, es sollte so sein, dass wenn ich diese Truppe einsetze, die ich hier eingesetzt habe, jetzt haben die plötzlich auch keine 44%, sondern noch 37%. Das letzte Mal hatte die Truppe 60%. Aber ich kann es auch nicht starten. Das ist also wieder ein Vollbug. Und ich habe gerade das Pad neu gestartet, vor diesem Video. Weil ich das beim englischen Außenteam-Video, ich habe gerade so ein Außenteam-Update gemacht, auf dem englischen Kanal, auch noch heute. Da hatte ich das Problem auch schon. Deswegen habe ich alles neu gestartet. Aber das Problem ist immer noch da. Deswegen, da kann ich jetzt leider nichts dran ändern. Aber das Grundsätzliche dürftest du ja verstanden haben. Das heißt, die Chance auf Kritisches kann maximal 60% sein. Versuch also so nah wie möglich dran zu kommen. Die Chance auf das Normale geht bis 100%. Die haben wir ja. Und wenn du dann stärker wirst und die 100% hast, dann kannst du dich, weil die habe ich ja zum Beispiel schon mit zwei Offizieren. Und dann kannst du dich eben darauf konzentrieren, das noch zu verstärken. Oben rechts siehst du ja noch dieses X 2,36. Das ist ein Multiplikator. Wenn du nämlich stärker bist als die gebrauchten 100%, dann gibt es noch einen Multiplikator für die Belohnungen. Das heißt, wenn du über die 100% drüber kommst, steigt dieser Multiplikator mit der Stärke und du bekommst dann die Belohnung mal diesen Multiplikator. Das heißt, du kannst noch mehr Belohnungen bekommen, als da im Kasten sind. Und das ist dann halt die schöne Sache, wenn du dann später stärker wirst. Aber so viel zur generellen Funktion dieser Außenteams. Ich hoffe, dass man das verstehen konnte. Jetzt müssen wir noch einmal darüber reden, wieso habe ich hier so viele und Leute auf niedrigeren Level, die vielleicht gerade ihre Shuttle Bay haben, sehen da nur viel weniger. Dazu müssen wir einmal in die Forschung reinschauen. Ja, wir haben gerade eine Gebietsverteidigung, aber angeblich haben wir das Gebiet gar nicht. Bugs, Bugs, Bugs. Die haben in letzter Zeit auch nicht wirklich was repariert. Aber gehen wir zur Forschung. Denn die Außenteam-Forschung ist auch extrem wichtig. Über die habe ich ja schon mal gesprochen. Aber die ist nicht nur wichtig für meine Schiffe und was es da alles gibt, sondern eben auch für deine Außenteams. Erstmal musst du natürlich hier gleich die erste freischalten, damit du eine zusätzliche Außenteam-Aufgabe bekommst. Und du bekommst halt immer mehr Aufgaben, je mehr du hier erforscht. Da gibt es dann Spezialaufgaben, wo man Offizierteile bekommen kann. Hier ist nur noch eine normale zusätzliche, aber es gibt auch ganz andere. Hier siehst du Fraktionskonsul. Da gibt es Fraktionsaufgaben. Da musst du zwar einen entsprechenden Ruf bei den Fraktionen haben, aber die musst du erstmal hier freischalten. Dann gibt es Borg-Außenteam-Aufgaben, wo du Nanosonnen bekommst. Dann gibt es Spezialaufgaben für Fraktionsschiffe, wo du Fraktionsschiffsteile bekommen kannst. Und hier ist der Fraktionsagent dann nochmal, wo du dann auch wieder für die Fraktionen was tun kannst. Und da kommen unter anderem dann eben auch diese Regenbogen-Außenteam-Aufgaben her. Und die bringen mir halt extrem viel was. Deswegen sagte ich, man sollte die auf keinen Fall unterschätzen und nicht außen vor lassen. Und du siehst, bis auf die eine, die ich jetzt gerade auch nicht starten konnte, weil mal wieder die Bugs unterwegs sind, laufen bei mir gerade alle. Die laufen zwischen 8 Stunden und mehreren Tagen. Ich habe jetzt hier einige, die noch fast 2 Tage laufen und ein paar noch über 2 Tage. Die kann man beschleunigen. Es gibt ja diese Außenteam-Speed-Ups. Das benutze ich aber nur, wenn wir ein Event haben, wo man Außenteam-Aufgaben erfüllen muss. Ansonsten lasse ich die Finger davon, weil so mega viel von den Speed-Ups habe ich nicht. Das heißt, ich lasse die normalerweise ganz normal laufen. Eine am Tag sollte man vielleicht mal schauen, dass man die schafft, weil die ja auch noch bei den Tagesaufgaben, also den Tageszielen dabei sind. Aber ansonsten lasse ich die laufen, außer ich brauche mal dringend Fraktions-Credits oder sowas. Beschleunige ich nicht außerhalb von Events, aber man kann es machen. Aber die sind halt auch extrem wichtig. Zum einen bringen sie dir selbst die Punkte, die man braucht, was ich leider jetzt nicht zeigen konnte wegen des Bugs, um Außenteam-Aufgaben zu starten. Das sind nämlich diese Sternenkarten. Die gibt es auch in verschiedenen Qualitäten. Das war jetzt eine seltene. Es gibt aber auch epische und so weiter. Die brauchst du, um diese Außenteams zu starten. Die verdienst du dir aber auch über die Außenteams selbst. Dann, hast du ja gesehen, kann ich jetzt mittlerweile Allianz Exocomps damit verdienen. Aber eben auch das Forschungsmaterial für die Außenteams kann ich mir über die Außenteams hier verdienen. Das sind nämlich diese Dienstpreise in verschiedenen Qualitäten, die man dann braucht, um Forschung beim Außenteam durchzuführen. Dann gibt es natürlich Außenteam-Credits, die kannst du dann wieder in dem Außenteam-Shop benutzen, auch für Schiffsbaupläne. Dann siehst du, gibt es hier auch Ressourcen und Materialien, nämlich zum Beispiel habe ich hier 5-Sterne- und 4-Sterne-Material gerade drin. Dann gibt es Föderations-Credits gerade bei mir und da zum Beispiel fast 3.500. Das lohnt sich natürlich sehr bei meiner Arbeit für die Enterprise D im Moment. Aber eben auch 5 Baupläne für die Antares zum Beispiel. Und wenn du so einen dann früh hast und deine Antares beschleunigen kannst, ist das auch super. Für mich im Moment noch viel wichtiger ist tatsächlich eine Außenteam-Aufgabe, das ist die Schmuggel-Kybernetik. Das ist meine einzige Quelle in diesem Spiel für Teile für den epischen Data. Ich habe 2-3 Teile irgendwann mal über Events bekommen in den 2 Jahren, die ich auf diesem Server spiele. Aber ansonsten kam Data nirgendwo vor. Nur in den Außenteams. Das heißt, wenn ich diese Außenteam-Mission mit einem kritischen Erfolg abschließen kann, das werde ich sehen, wenn sie fertig ist, hätte ich nach 2 Jahren endlich Data. Wenn nicht, muss ich aufs nächste Mal hoffen, der kommt also ab und zu bei den Außenteam-Aufgaben vor. Aber es ist auch meine einzige Quelle. Es gibt keine andere Quelle für diesen Data im Moment im Spiel, außer diesen Außenteam-Aufgaben. Deswegen ist diese zum Beispiel für mich extrem wichtig. Und da gibt es auch Burnham, du siehst Pike, du siehst den Originalserien-Spock und eben können ja auch ganz andere Schiffsbaupläne und so auftauchen. Was auftaucht, ist immer Zufall. Man konnte das mal aktualisieren. Das war ganz am Anfang des Spiels mehr ein Thema, wo man diese Coins dafür auch mal über das Spiel bekommen hat. Jetzt gibt es die, ich weiß gar nicht, ob es die dauerhaft im Shop gibt, benutze ich aber nie. Ich nehme halt das, was kommt. In 8 Stunden würden halt meine offenen Sachen dann wieder nochmal refreshed werden. Also es wird nochmal was Neues kommen für die, die ich nicht gestartet habe. Und das kann also immer sehr unterschiedlich sein. Es ist im Moment ja auch keine Borg-Aufgabe dabei. Die hatte ich gestern, glaube ich, noch eine beendet. Also je nachdem, was du freigeschaltet hast, wie viel du freigeschaltet hast, aber auch was du freigeschaltet hast, tauchen dann zufällig Aufgaben dazu hier auf. Das ist immer relativ unterschiedlich. Im Moment habe ich sehr viel Außenteam-Geschichten, also mit diesen Außenteam-Credits. An anderen Zeiten hatte ich viele Fraktions-Credits, halt mehr Zufall. Aber halt auch extrem wichtig, die Credits brauche ich andauernd. Da bin ich jedes Mal froh, wenn ich die hier habe. Die Offizierteile sind natürlich eine sehr nette Sache. Es gibt hier Rekrutierungstokens, es gibt eben das Forschungsmaterial, es gibt Material zum Bau der Stadt, ach der Stadt, der Station und so weiter und so fort. Deswegen sollte man auf keinen Fall die Außenteam-Aufgaben unterschätzen. Auch das Freischalten in der Forschung von noch mehr Aufgaben nicht sein lassen und wirklich die verschiedenen Aufgaben dann in Angriff nehmen. Und auch immer schauen, dass man wie gesagt nah an die 100% beim grundsätzlichen Erfolg kommt und dann eben auch versucht, beim Kritischen so hoch wie möglich zu kommen. Ich hoffe, damit konnte ich jetzt den Wunsch erfüllen und diesen Überblick hier geben, auch über die verschiedenen Außenteam-Aufgaben, wie es funktioniert, worauf man achten soll, warum es wichtig ist. Benni, lass es mich wissen, ob dir da noch was fehlt. Dann schreiben wir es gerne noch mal auf Discord in die Kommentare. Und wenn du noch was hinzufügen möchtest, also damit meine ich jeden Zuschauer, dann bitte gerne in die Kommentare oder auch auf Discord. und wenn du jetzt noch ein weiteres SDFC-Video sehen willst, ist das nächste Video hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back. I'll be back. Untertitelung des ZDF, 2020